Schönen guten Tag, werte Vinyl-Wahnsinniger. Mein Name ist Ingo, ich mache den Gesang bei den Doonuts und ich möchte euch allen Plattenläden der Welt und natürlich auch mir zum Rekord-Store-Day gratulieren. Ja, der ist am 20.04. in diesem Jahr und ich bin, genau wie ihr, einer von diesen Vinyl-Junkies. Also mein Herz wird auch vor Glück zwei Tonnen schwer, wenn ich 180 Gramm lese. Zum Beispiel hier, letztgekaufte Platte, da steht es oben drauf. Ich freue mich, wenn da ein Download-Code dabei ist, aber das Schönste ist noch wirklich, wenn deine Lieblingsplatte auf Vinyl ist. Wenn du vielleicht sogar von einer deiner Lieblingsbands eine komplette Vinyl-Sammlung hast, wenn es farbiges Vinyl ist, wenn es Bonus-Tracks sind, die du sonst nirgendwo haben kannst. Das alles macht doch eben genau die ganzen Plattenläden so wunderschön. Und sagen wir mal ganz ehrlich, das Internet kann dir nicht so schöne Kauftipps geben, wie dein Plattenladen-Heini-Nebenan bei einer Tasse Kaffee. Von daher, gute Sache, Plattenläden unterstützen, Vinyl unterstützen, kaufen, kaufen, kaufen und nicht einfach nur downloaden. Danke, tschüss.